Ah, nehmen wir das Eisen mal mit. So, nehme ich die Kohle mit oder kann ich das jetzt? Das ist wahrscheinlich was, was kann. Jetzt kommt die Lava von oben tot. Naja, halt geklappt, so. Boah, schon fast wieder ein Seko, oder? Was geht denn hier so? Hallo? 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 Oh, 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 Lava. Nicht schön. Aber schon wieder Eisen. Wahrscheinlich direkt über der Lava. So, naja, nicht ganz. Schaue vielleicht natürlich nicht mit. Ah, stimmt, ist der kaputt gegangen? Hätte mir keine neue gebaut. Gold. Was kann ich mit Gold machen? Ja, kann ich mit Gold eine Apple machen oder so, ne? Und halt auch mal Schienen. Aber, wie gesagt, Schienen dauert, glaube ich, noch ein bisschen bei mir. Naja. So ist das nicht. Licht. Sackgasse. Bitte nicht in die Lava fallen. Bitte bitte nicht. Gut. Danke. Ähm, wo gehe ich denn jetzt mal lang? Ist das wahrscheinlich auch eine Sackgasse? Ja. 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 Sag ich einfach mal. Da war ich auch schon. Wie war ich denn? Ach, ich hätte echt einen Eimer mitnehmen sollen. Wo? Wer? Da. Wo kommt der denn schon wieder? Ist es so dunkel hier? Ah, ich würde nicht über die Lava gehen, aber ich setze... Ah, ich würde einfach da... Wow. Als habe ich mich erschreckt und voll durch die Lava laufen und habe es gar nicht berissen gekriegt, oder was? Ach ja, ich bin halt auch manchmal verpeilt. Egal, ich glaube, ich sass mal hier gerade aus durch. Ich stelle nur noch ein paar, die am... Manchen fümpfen, dann kann ich nämlich... die mit Glück eins abbauen. So. Warte jetzt. Ich weiß nicht, wie ich immer mehr als 20 Minuten werde ich jetzt nicht noch aufnehmen, aber... ...wird schon passen, ne? Hoffe ich. Ich hoffe, dass auch diesmal der Ton etwas besser ist. Ob meine Taktik geklappt hat mit dem... Wenn ich nur Musiker mache, dass ich dann lauter rede? Werde ich dann ja sehen. Ist so. Zwei Gold, drei Gold. Ich habe eigentlich bisher ziemlich wenig Steine gesammelt, glaube ich. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ziemlich früh eine Rödel gefunden habe und da nur das Wichtigste abgebaut habe. Keine Steine, sondern nur die Rohstoffe. Na ja. Gold haben wir schon wieder um 12. Was soll ich nur mit dem ganzen Gold machen? Ich könnte was mit Gold-Glöppen bauen, aber ne. Vorerst nicht. Eisen. Schön und gut, aber ich bin Diamant. Das Markt wäre auch nicht verkehrt. Kann ich da mal das Glück ausprobieren, aber... Scheint ja wohl nichts wie geht. Obwohl ich glaube ja auch, das Markt auf eher höheren Ebenen ist nur... Hm. Ja. Boah, schon wieder Eisen. Ich dachte, Eisen wäre auch eine höhere Ebene, aber... Anscheinend... Naja. Solange es nichts kostet, nehmen wir es mit. So. Es fühlt man, dass er mir wirklich ziemlich schimpft da und weiß ich gar nicht, was der so groß sagen soll. Ich weiß nicht. Ich meine, ja, kann ich beschweren, dass keine Diamanten kommen und so. Aber das füllt ja auch nicht die ganze Zeit hin. Es ist halt dieses... Wie schon von mir wahrscheinlich öfters erwähnte Problem bei Minecraft. Es ist mir auch aufgefallen, dass ich so viel Dünne gelabert habe, als ich mir mein... Von der ersten Aufnahme, wenn ich das alles angehört habe, beim Ränder bearbeiten und so. Und da ist er... Kommt ja echt ziemlich viel Scheiße raus, aber naja. Was soll man machen? Und dann mal schon einen Redstone sammeln. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Boah, schon wieder anderthalb sechs fast. Ja, die haben wir gleich voll. Ja. Ich meine, es tut natürlich, dass man ziemlich viel Redstone findet, aber für... Aufwendigere Schaltungen, als ich da vorher angebäut habe, braucht man natürlich auch eine größere Menge. Einiges größere Mengen sogar. Uh, 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 gut, ich muss meine Spitzhacke holen. Ich muss meine Spitzhacke holen. Und zurück und Spitzhacke holen. So. Alter, was liegt denn jetzt schon wieder? Alter, warum mache ich denn zur Zeit so scheiß wenig FPS? Ich meine, 20 ist zwar auch nicht gerade viel, aber damit kann man einigermaßen flüssig spielen und aufnehmen. Mann. Das ist echt ein bisschen kacke. Das ist so. Sprinter... 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 Das wäre jetzt cool, wenn ich sieben Diamanten finden könnte. Dann hätte ich nämlich hier für diese Atmung was, hier könnte ich mir einen Helm bauen und noch ein Schwert. Das wäre cool. Mal gucken, was wir auch... Und wieder in die Tiefen. 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 Ich glaube ich bin nicht. Ich habe hier eine Wand gekauft. geht mir meine diamanten wie weit bin ich jetzt schon auf machte kommen wir schon so jetzt aber ein block diamanten hat 22 rausgekriegt aber wirklich ganz ehrlich ein block diamanten dafür bin ich jetzt so einen teiler gut das noch gut ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt das habe ich auch noch mal noch mal zwei noch mal zwei geil diesmal nicht aber kann ich machen sind nur glück 1 aber naja fünf haben wir schon mal und jetzt auch mit 2 finden bitte zwei nur noch zwei erst mal ja erst mal eben später wird es immer mehr naja muss sehen ist hier noch wo einer dazwischen vielleicht sieht ja nicht danach aus dann lauf ich mal fröhlich weiter und vielleicht sind wir doch noch mit glück welche oder wir finden so was hier hier geht erstmal gerade durch erst mal das wasser ausmachen dass da so dass wir nach oben geht doch und hier wird die höhle wieder größer morgen da kann ich gleich wieder verlaufen oder was nein hier ist hier ist keine sackkasse ach hier ist das sage ich einfach habe ich festgelegt da muss so viel nach hat gut sackkasse gott sei dank natürlich will man alles im erkunden aber ich freue mich trotzdem wenn ich die sackkasse und dann doch nicht so viel haben und trotzdem das gefühl habe alles gesehen zwar wichtige so gold ist oder schick schick gegen paar diamanten hätte ich auch nichts so ich denke mal das lapis lazuli werde ich mit glück abbauen und das ist erst noch hier ausleuchten gut weil ich so viel ein lapis lazuli bei euch auch mit glück ab weil es doch relativ selten ist so wie kann man jetzt drei stück 29 jahre sieht doch nicht verkehrt aus so dass mein coli ab ich habe zu mir gehört wie gesagt ich weiß jetzt nicht was mit schwebster los ist ob das jetzt den fort mit aufnimmt oder nicht ich habe es auf jeden fall eingestellt falls nicht tut mir leid weiß ich nicht was ich dann da machen soll auch die spritzakke ist kaputt eine ich noch nicht aber eine habe ich noch und ich höre man auch den zombie immer noch und immer noch und immer noch nicht schön naja wie viel kohle hier schon wieder ist geht ja mal gar nicht klar kohle gibt es ja echt viel sender mehr kurz hier wir haben wir schon wieder über anderthalb sitz kohle hier war zum glück nichts hier war auch noch kohle war doch sonst ne immer her damit immer her damit ich habe keinen bock auf eine höhe kohle ok jetzt schluss hier ist schluss über 17 bin ich gerade so so um sie nur hier war auch noch kohle und ich habe noch irgendwo heisen gesehen ich gehe ich gleich mal gucken erst mal die kohle hier na ist doch recht ergiebig bisher alles und die level steigen auch an so schnell kann es gehen die kohle an der decke will ich jetzt nicht unbedingt holen außer die hätte ich mal nicht so da war hier lang ein stück eisen was ich wusste dass irgendwo eisen sehen so und es ist draußen gar nicht mehr so windig und es wird schon dunkel langsam es wird schon dunkler und es ist gerade mal viertel vier geht ja mal gar nicht klar so level 25 schon schick gold eisen alles was man braucht nur keine diamanten ich muss mich nicht beschweren ich habe ja schon ein paar iphone 23 könnte ich habe noch mal so ein glück und hier bei den kohle ist noch ein paar diamanten dazwischen ich glaube es war fast nicht aber legge legge kohle haben wir jetzt schon einfach fast 36 geht ja mal gar nicht klar ich glaube ich glaube mal ich glaube 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 ich nicht gleich verzaubern und so ein bisschen verzauberung aufrüst die verzauberung in der tüten wurden ja auch in der 146 die verzauberung von den rüstungen so erhöht glaube ich oder verbessert oder erweitert so was in der art ja warum lebt jetzt das internet nicht lade geht doch die erstmal schön das wichtig Ah, was? Das kam weg, das kam weg, was kam weg, das kam weg, ähm, hier kommt das in den Ofen, da kommt das in den Ofen, wir können rausnehmen, das, ach, wieder Steine brennen, schadet nicht, hier noch haben wir drin, nein, so, Minecraft-WG-Verzauberung, so, äh, Spitzhacko packe ich auch erstmal wieder weg, und hier brennen wir auch noch ein paar Steine, so, mhm, das weg, so, 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 da haben wir noch Verzauberung, ähm, Atmung, da steht's doch. Gut, man kann länger unter Wasser atmen. Na, 15 Sekunden länger unter Wasser und Zeit zwischen Erstickungsschaden, eine Sekunde mehr. Hört sich nicht schlecht an. So, ähm, ja. Alles schön in den Ofen und so. Äh, ich denke, dann beende ich hier mal die Aufnahme. Äh, ich bedanke mich fürs Zugucken und, äh, ja, haut rein. � Himmelschaden